Jetzt? Ja. Mal schauen. Da kann ich nicht so stark werfen. Schön schaut aus. Ja. Ja. Die Luft ist jetzt sehr unruhig. Wie immer. Flott ist er auch, oder? Gell, für das bisschen Wind. Sehr flott. Aha. Schwerpunkt, da habe ich es passen, glaube ich. Gott sei Dank. Ich glaube, ich könnte noch weiter zurück da noch mal. Du hast gesehen, es ist ja wenig Wind und ich bin noch ganz leicht rausgeschoben. Ja. Ich habe ihn nur zwei Sekunden lang nicht gesehen, weil der hat überhaupt kein Profil. Also der tragt nicht auf. Gegen den Himmel, ich habe ihn wirklich nicht gesehen. Ich habe schon den ersten Schock gehabt. Und er schön ist auch. Ich finde es sehr gut. Damit könnte er auf dem Wiebe auch ein paar Mal verschwinden. Jaja, sicher. Der verschwindet ordentlich. Außer man sieht die Oberfläche. Schau dir das an. Sehr schön. Ein bisschen wageln tut er schon. Ein bisschen knapp. Ja. 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 Ein bisschen fest. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020